Erste Aktion. Gehe hier hin. Und zweite Aktion. Du hast den nicht gesehen. Der kommt aus den Schatten. Ja, das ist in Ordnung, aber ich wollte trotzdem zu Diamantis. Okay. Und dann sehe ich ihn ja. Also der wird ja dann aus den Schatten auftauchen. Also ich muss sagen, ich habe kein Zeichen gegeben, dass ich zurückgeblieben bin. Ich bin einfach zurückgeblieben. Ach so, okay. Können wir den Satz bitte in sinnlos Verwettung gehen? Aber so in den Raum stellen. Also, Bautax, was möchtest du gerne tun?